Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Supraland. Problem ist jetzt hier an dieser ganzen Geschichte, ich konnte nicht auf die Kommentare eingehen, weil ich direkt zwei Stunden später diesen Teil noch mit aufgenommen habe, weil ich an dem Tag, wo ihr heute die Folge seht, sitze ich gemütlich beim Tätowierer und lasse mich tätowieren. Und deswegen habe ich das schon mal vorprogrammiert und jetzt müssen wir das irgendwie selber rausbekommen. Was ist das hier? Das sind irgendwelche Schallwellen. Okay. Keine Ahnung, wie das mit den Entsafter funktionieren soll. Tja, die Frage ist, wo kriegen wir irgendwie einen Behälter her? Ich kann es ja nochmal anmachen. Was kommt dort raus? Oder? Wir müssen nochmal unten gucken. Vielleicht können wir dieses Rohr irgendwie umlenken. Wollen wir mal schauen. So. Der Typ, der sitzt direkt über uns, ne? Hier können wir irgendwie nicht rein. Wir müssen ja... Oh ne, jetzt sind hier keine Samen mehr drin oder was? Jetzt muss ich das wohl nochmal machen. Tschüss. Was soll das? Okay, also die Samen, die speichert es quasi nicht mit, wenn man hier das Spiel verlässt. Ich dachte ja, dass man hier unten vielleicht irgendwie... Das ist nur ein Baulicht, dass dieses Rohr umleiten muss. Aber dem ist nicht so. Was kommt denn da da oben raus? Was ist denn das hier? Oh, so ein Kristall. Hm, Leute. Ich habe keine Ahnung so richtig. Äh, wir gucken uns mal das andere Rätsel an. Vielleicht kommt uns noch die Erleuchtung im Laufe des Spiels. Oder ihr habt es mir dann tatsächlich in die Kommentare geschrieben. Und ich kann das Rätsel erst in der nächsten Folge lösen. Dann ist das eben so. Ist ja auch nicht dramatisch. Hier rennt uns ja nicht weg, ne? Wir kommen ja immer wieder an irgendwelche Stellen. Da hinten waren wir, ne? Waren wir da? Gehen wir mal gucken. Ja, hier war die Kichte. Die Kichte. Das ist ja ein Böser. Ja, offensichtlich. Das hier kriegt man auch noch irgendwie raus. Okay, wir kümmern uns erst mal jetzt darum. Wir nehmen jetzt den Plaster. Sorry für die Verzögerung. Ah ja. Okay. Ich schieße das mal wieder zurück. Können wir die runterschießen? Ja. Okay, noch mal. Oh! Du hast mich jetzt aber erschreckt. Du Blödmeier. Meine Fresse. Könnt ihr doch nicht machen. Ah ja. So, ne? Gucken wir uns erst mal den ganzen Spaß hier oben an. Die Kippenstummel finde ich übelst geil. Ah, hier ist der Schlüssel, den wir für das Tor brauchen. Der spawnt dann immer wieder dort. Okay. Dann gehen wir jetzt damit hier runter. Machen das auf. Jetzt kommt wieder ein merkwürdiges Rätsel. Wartet mal. Erst mal hier. Ah, ich weiß, wie wir es machen. Ich bin schlau. Ne, das war dumm. Shit. Ne. Okay. Passt auf. Jetzt schießen wir unseren eigenen Cube an. Und den Rupps jetzt runter. Ah. Siehst du? Einige Rätsel kann ich ja doch noch so lösen mit meinem eigenen Gehirne. Oh, hier. Hat man fast übersehen. Und die Musik hier so schön. In dieser Area. Habe ich bereits erwähnt, in der letzten Folge. Hier ist ein Tor anscheinend. Oder auch schon sowas. Oh je. Ah, du kommst da nicht durch. Ah, du blauer Wicht. Wir kriegen das schon hin. Okay. So nicht. Was passiert denn, wenn wir hier drücken? Irgendwie die Rampe rüber. Was passiert, wenn wir da... Oh. Okay. Achso, das ist nur so ein Ding. Falls ich hier runterfalle, dass ich wieder hochkomme. Da ist noch ein roter. Das Ding hängt dann... Dort. Hm. Passt auf. Wir holen das mal wieder zurück. Hm. Guck noch mal runter. Und dann fährt das dorthin. Macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Oder können wir uns hier gleich drüber mogeln. Hier so. Ne. Ein Cubefly. Ne, da steht scheiße. Ne, das wird nicht. Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ne, das wird nicht. Hier hinten ist aber auch nicht weiter, ne? Also, ihr merkt, die Rätsel werden jetzt schon langsam ein bisschen komplexer. Da kommt man mit klarem Verstand hier nicht weiter. Da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ich kann, aber in der Luft kann ich nicht irgendwie steuern. Kann man da dran ballern? Aha. Es kann natürlich sein, dass wir da erst viel, viel später hinkommen, dass das jetzt einfach mit unseren Fähigkeiten noch nicht möglich ist. Tja, Leute. Da bin ich überfragt. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich glaube, das hat doch irgendwas mit diesen Rohren zu tun, oder was? Aber jetzt kommen wir ja hier auch nicht mehr raus. Das heißt, hier muss es weitergehen. Shit. Also, wir müssen jetzt irgendwie dieses Rätsel lösen. Ich lache mich auch gleich kaputt. Was bringt denn das, diese Plattform darüber zu schieben? Eigentlich nichts, ne? Kann ich mit dir sprechen, da oben? Kannst du mir irgendeinen Tipp geben? Naja, im Prinzip hier, ne? Wohin mal. Baller den nur dort hoch. Also, das Ding ist definitiv nur dazu da, dass ich, falls ich hier runterfalle, was haben wir denn hier irgendwie? Ne. Kriege ich das denn nur hin? Weil dort wird es uns, selbst wenn wir irgendwie auf die Plattformen kommen würden, schiebt es uns dann dort einfach runter, an der Stelle. Das ist bestimmt völlig einfach, dieses Rätsel, aber ich komme nicht drauf. Hm. Hm. Ah, das könnte man probieren, vielleicht noch mal. Das könnte man probieren, kommen wir da drauf. Ah, na dann ist ja easy, dann kommen wir wahrscheinlich auch da rüber. Ah, okay, wir sind mal schon mal einen Schritt weiter, jetzt quatschen wir mal mit dem Typen hier, der hat bestimmt, äh, wertvolle Informations. wenn du die Plattform irgendwie dort in der Mitte zum Stoppen bringen könntest. Ja. In der Mitte. Ähm, das war mal, ich guck mal hier noch. Ich glaube hier oben ist irgendwas versteckt. Na, ich glaube, das ist doch, seht ihr, meint ich. Schön, Coins, ran damit. Äh, man könnte ja den Cube irgendwie da hinsetzen, ne. Ah, ich weiß wie hier. Passt auf. Rüber. Rütti mal da rüber. So, jetzt hier. So, also was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Und nun? jetzt ist die da, wie der Typ wollte, ne. Geh nochmal hin zu dem Kollegen. Gut, jetzt kannst du dort rüber springen. Ah, check. Alles klar. Oh, man ey, so easy. Naja, wenn man es einmal hat, da geht es, ne. Jetzt ist auf jeden Fall die Bude auf, dass du auch verarschen. So, du blauer, du blauer Wicht. Wo bist du denn jetzt, wo bist du denn jetzt hingeseppelt? Hä? Was ist hier? Irgendwie hängt hier das Spiel. Keine Ahnung. Aber ist gut, da gucken wir erst mal hier oben lang. Dass hier irgendwas schönes gibt. Wo sind wir denn nun? Wird immer mysteriöser das Spiel. Okay, hier ist schon mal nichts, was irgendwie oben ist. Gut, dann gucken wir mal runter. In blue? Was? In blue will denken sie, dass Mr. Miracle blau war. Natürlich war er rot. Okay. Mr. Miracle ist der Beste. Okay, das ist offensichtlich Mr. Miracle. Sieht bissl aus wie Jesus. Aber nur so bissl. Was hast du hier zu melden? Hilf mir, in die Kapelle zu kommen und ich werde dir die große Tür öffnen. Das kriegen wir doch hin, oder? Hä? Sieht nicht sehr heilig aus. Okay. Ähm. Hahaha. Ne, das funktioniert irgendwie nicht. Okay. Na ja, passt auf. Wir müssen anscheinend einen heiligen Schein für diesen Kunden finden. Ach. Ah, ich hab's gleich von gleich gefunden. Ich leg den jetzt über dich drüber. Warte doch mal. Das ist ein Blödmann. Okay, das hat keine Auswirkung. ich halte den einfach, wenn er hier vor der Tür steht. so. Deine Heiligkeit ist ein bisschen rostig. Okay. Denken wir hier hin erstmal. Wir müssen, jetzt müssen wir irgendwie was finden, was die golden erscheinen lässt. Das ist unsere neue Färbemaschine. Leute. aber weiß. Oder reicht weiß schon. Gucken wir. Nehmen wir das Ding. Das wäre ja jetzt zu einfach, wenn das hier alles auf Anhieb funktioniert. Das seid ihr als Zuschauer doch auch enttäuscht, wenn das sofort alles klappt. So, okay. Dann gehen wir noch mal hin. Vielleicht funktioniert es ja. Ja, los, los, los. Ich halte hier. Sieht so nicht mehr so rostig aus. Hat die falsche Farbe. Ne, ich habe es gewusst. Oh, guckt mal. Dort ist das Kind. Da oben. Nicht, dass er uns jetzt den Ring klaut. Okay. Legen wir es erstmal hier ab. Unsere Zäune verkaufen sich viel besser, seit wir sie weiß färben. Aha. Das Kind sieht gruselig aus. Jetzt müssen wir irgendwie was haben wir hier noch? 10 Coins. Blaster, kritische Chance plus 5. Ne, mich. Cool. Was ist das? Waffe, kritischer. Steiger deine Chance. Achso, ne. Das haben wir ja gerade. Ja, hätten wir auch so ein Ding kaufen können. Anscheinend. Was ist das? Das kostet auch alles nichts. Jetzt gucken wir uns gleich mal an. So. Wieder alle Ecken durchsuchen. So eine Rohre hatten wir ja auch schon ganz am Anfang. Ich teste nur mal ob Fly irgendwie sieht ja so aus als ob wir da als wäre da eine Klappe und man könnte irgendwie rein. Okay. Passt auf, wir latschen jetzt hier mal alles ab. Sammeln schön die Coins ein. Äh. Wenn du denkst, dass ein riesiges Kind alles kontrolliert warum können wir es dann nicht sehen? Hä? Ich hab's doch gerade gesehen. Ah. Oh, da ist es. Also irgendwie cool, ne? Also für die ist das ja das Kind so eine Art Gott. Ich weiß, dass er existiert. Weil wenn es ihn nicht gäbe, wären wir alle nicht hier. Da hast recht. Kann ich den Heiligenschein haben? Ne. Aha, aha. Wir müssen irgendwie diese Färbemaschine vielleicht manipulieren. Wie kriegt man das hin? Dass das Ding verstecken diese weißen Blumen in das Rohr um die was? Ey, bleibt doch mal stehen. Äh. Um das Rohr um die weiße Farbe zu bekommen. Die Maschine kann aus ziemlich allen die Farbe raussaugen. Also hier rein muss jetzt irgendwas Goldnes. Kann man dich nehmen? Ja. Guck das her. So. Ja. War doch gar nicht so schwer. Ich hoffe, es hat jetzt... Na? Lass es liegen. Drücke. Jetzt haben wir es. Jetzt kommen wir wenigstens schon mal in die Kapelle. So. Komm her, mein Guter. Los. Ich halte und du klopfst. Na komm, ein bisschen schneller. Okay. Haha. So ein Scheiß. Super. Okay. Der hat aber auch gern mit reingegangen. Kommt der auch wieder raus? Oh. Habe ich den geschlagen? Na gut. Das Spiel lässt sich... Obwohl, wir gucken noch mal hier alles ab. Nicht, dass wir irgendwas verpasst haben. Die Bäume. Ach, nicht fertig. Hier auch eine Secret Area, wisst ihr? Ja, so in die Ecken auch mal klotzen. Aber hier ist nichts. Nee. Gut. Guck mal weiter. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah ja. Hallo. Du kannst die Feinde nicht abschießen, wenn du die Schildgeneratoren nicht ausmachst. Sorry. Was will uns damit sagen? In diesem Haus sind ein Haufen Keycards. Wie kommen wir da rein? Na, das wüsste ich auch gern. ist da oben noch was? Was ist denn das da oben? Da hat doch was gesehen. Aber da kommen wir nicht hin. Gibt man das schon hier auch? Ach, das ist quasi die Kirschsturm äh, Kapellenturm Spitze. Das ist ja voll spitze. Okay, was hast du mir zu sagen? Wenn sie ein Schild haben, kannst du sie nicht abschießen. Aber das Schwert kann ein wenig Schaden machen. Aha. Ein wenig ist aber vielleicht, hier sind auch Fässer. Maximal Münzen könnten wir uns kaufen. Plaster abklingt Zeit halbiert. Na, eigentlich geht die aber, ne? Ah, wir sammeln mal noch ein bisschen. Hier gibt es also auch Fässer in dieser Gegend. Da oben zum Beispiel. Oje, oje, oje. Hier ist ja schon mal der Voll-Action. Okay, wir machen es wie immer. Erstmal hier alles abklappern. Und gucken. Hier geht es zum Beispiel auch nach Blueville. Aber wir kommen hier nicht durch. Wir gucken hier erstmal den ganzen Außenbezirk ab. Hier ist auch eine Türe. Was ist das? Hm. Da brauchen wir offensichtlich auch was anderes. Guck mal hier so Appel. Okay, wir sollen offensichtlich irgendwie die Gräber kaputt machen. Hier ist was, was uns vor Oh. Problem ist, die Feinde die Feinde haben ja auch Schilder. Das ist ungünstig. Das ist voll ungünstig. Oh. Ihr könnt mir ruhig mithelfen, Freunde. Okay, das ist nicht so easy. Ich mache hier auch so Appel her. Der ballert. Ach, shit. Okay, den haben wir weg. Also, wir müssen diese Dinger hier auch kaputt machen. Bist bloß noch nicht so wie. Erstmal Coins sammeln. Dort kommen wir auch irgendwie oben lang. Was sind das für Dinger? Da muss wir irgendwas einsetzen. Hmm. Wird immer interessanter das Spiel. Ich finde es halt cool, wenn man nicht gleich auf den ersten Blick alles checkt. Wie jetzt gerade mit dem Heiligenschein. Fand ich zwar gut, dass ich checkt habe, aber jetzt wird es wohl wieder ein bisschen dauern. Wie ging es denn hier hinten weiter? Okay, wir müssen diese Schild-Generatoren kaputt machen. So viel ist fucked. Ich will mal kurz hier hoch gucken. Schafft er nicht, warum? was denn los mit dir du Deppel und wo ist das Ding was das hier steuert? Nicht hier drauf. Ja. Ne, das war nicht. Das mal weg. Oh, nervt das. ist ein klein was ist denn mit dir? Geh doch mal nur einen kleinen Schritt zurück. So. Okay, das funktioniert alles irgendwie nicht. ist irgendwie hier noch. Leute, 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 ich blick's nicht. Gib das mal her jetzt hier. So. Wie ist das? Ah, das geht. Ist gut zu wissen. Halt. das bringen wir doch gleich hier hin. So, zack. Was haben wir jetzt? Warterschaden plus drei. Achso, da brauch ich wieder coins. Komm ich denn hier mal hoch, verdammt. Ne. Ach, vielleicht hier. Die Bäume komme ich dann auch irgendwie. Ah, jetzt haben wir wieder einen Weg gefunden. Oh je, das wird immer verrückter. Verdammt, dieses Rätsel ist schwer. Neutron, Entertor. Okay. Du willst hier rein? Lass mich mal auf meiner Testplatte nachschauen. Okay. Hm. Das wird wohl nichts. Datenbank auf meiner Festplatte sagt, dass du hier keinen Zutritt hast. Verdammt, dieses Level ist echt schwer. Okay. Noch ein Rätsel, noch mehr Rätsel. Ich weiß auch nicht. Kommt alles mit der Zeit. Ne. Ich bin ja froh, wenn ich hier eine Folge mache. Für Reihe kriege. Dass ihr nicht denkt, oh, ey. Ist doch alles so easy. Ah, guckt mal, dort ist noch ein Fass. Cool. Hinten Bäumen versteckt. Secret Area. Haben wir wieder was gefunden. So, was hat denn der hier zu sagen? Lass es mal kurz fallen. musst einen Weg finden, wie du den großen Knopf drücken kannst, um den Weg zum blauen Kristall zu öffnen. Welcher ist denn hier der große Knopf? Oh, hier ist ja auch noch irgendwas. Was meint der mit großer Knopf? Wir bringen erst mal das Fass zurück. Äh. Leg das mal hier runter. Das wollen wir uns klein. Komm doch hier rüber. Ja. Ist das hier auch? Ne, aber hier. Siehste, wieder was. Wieder was gefunden. Was haben wir hier? Haben wir das hier einset? Ah. Leute. und hier sind noch mehr so eine Platten. Okay. Geben erst mal das Fass ab. Oh shit, dann ist ja die Folge auch schon wieder rum. So, was gibt's jetzt hier? Blaster Abklingzeit. Schwerter Schaden. So können wir uns leisten. Ähm. Wir probieren jetzt mal. jetzt brauchen wir überall diese Schlüsselkarten. Jaja. Wo hab ich die jetzt gerade hingelegt? Ach hier. So. Wir probieren das nochmal und dann gucken wir in der nächsten Folge wie es weiter geht. Also die geht hier nicht. Wo war ja noch so Ding hier unten. Genau das hat doch die gleiche Farbe wie oben. Ja. Cool. Es gibt keine roten Schlüsselkarten. Oh je. Aber kann ich jetzt diese hier nehmen? Die sind ja alle weiß. Ne. Also die weißen sind erstmal nicht die richtigen. Wir bringen jetzt das Fass zurück und dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter. Das waren ja irgendwie jetzt alles weiße Schlüsselkarten. Warum auch immer so viele. Dank dir konnte ich noch eine Fiale aufmachen. Bring mir rote Fässer um mehr cooles Zeug freizuschalten. Achso. Was haben wir denn hier jetzt noch freigeschalten? Munitions Auffüllgeschwindigkeit plus 66% Munition. Da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges liebe Freunde. Cool. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ideen immer reinschreiben in die Kommentare. Ich lese die definitiv. auch wenn es erst einen Tag später ist. Ja dann sehen wir uns morgen wieder wie gewohnt. Bis dahin. Ciao Ciao Ciao.